Leonie und ihr kleiner Bruder suchen im Müll nach Essen und werden dabei erwischt. Herr, dürfte ich mal fragen, was ihr hier macht? Herr Hegebi, Herr Hegebi, Herr Hegebi! Frau Müller, Frau Müller, kommen Sie mal! Frau Müller! Was ist er denn für einer? Festhalten und pitzen! Kann mir schon vorstellen, wie der in seiner Schulzeit war. Ja, ihr wart bei Kindermüll und ihr habt in der Müll rumgekramt. Ihr wart im Müll gewesen. Herr Hegebi, komm Herr Hegebi. Wir gehen rein und tun die Polizei? Ja, natürlich rufen sie die Polizei, richtiger Allmanns. Voll krass, als ich rausgegangen bin und die Kinder im Container gesehen habe. Die haben echt nach Essen gesucht. Das sagt er zwar, aber das meint er in Wahrheit. Voll krass, als ich rausgegangen bin und die Kinder im Container gesehen habe. Wurde ich zu größten Petzer auf der Welt! Und ihr habt in der Mülltonne gesessen, ja? Ich lich! Ich nicht! Ich lich! Der arme Bruder! Jeder fällt ihm einfach in den Rücken. Aber für mehr solcher Quatschvideos hinterlasst ein Abo.